Hallo und herzlich Willkommen. Absatzformate. Absatzformate sind jetzt alle Formate, die man auf einen gesamten Absatz anwenden kann. Die Absatzformate finden sich hier in der nächsten Gruppe Absatz. Auch hier haben wir hier einige Schaltflächen in dieser Gruppe und über diesen kleinen Verweispfeil können wir das Dialogfensterabsatz öffnen, wo wir noch weitere Feineinstellungen vornehmen können. Ein wichtiges Symbol in dieser Gruppe Absatz ist dieses Symbol alle anzeigen. Das blendet nämlich die Formatierungssymbole ein und aus. Wir sehen jetzt also hier Absatzmarken, wir sehen hier Tabulator-Schritte und wir sehen hier Leerzeichen durch diesen Mittelpunkt hier dargestellt und wir sehen auch manuelle Zeilenwechsel. Absatzformate werden beim Betätigen der Eingabetaste auch in den nächsten Absatz mitgenommen. Das heißt, die Formate kommen auch im nächsten Absatz zu tragen. Wenn man also einfach in einer neuen Zeile weiterschreiben will, ohne den aktuellen Absatz zu verlassen, dann schreibt man einen manuellen Zeilenwechsel und den schreibt man mit der Umschalttaste und der Eingabetaste. Und das nicht druckbare Zeichen für den Zeilenwechsel, das sieht eben so aus wie dieses kleine Hakerl hier. Wir haben hier in den Schaltflächen bei den Absatzformaten einmal unten hier vier Schaltflächen für die Absatzausrichtung. Bei den Absatzformaten ist das so, man muss nicht unbedingt den gesamten Absatz markieren. Wenn man nur einen einzigen Absatz formatieren will, dann reicht es, wenn man in diesem Absatz drinnen steht. Also die Einfügemarke innerhalb dieses Absatzes blinkt. Dann kann ich hier auch rechtsbündigen oder zentrierten Absatzausrichtung verwenden oder hier vielleicht etwa die rechtsbündige und auch der Blocksatz. Und was bewirkt der Blocksatz? Der Blocksatz bewirkt, dass hier die Zeilen schön bündig auch am rechten Rand aufhören. Und das Ganze wird so zustande gebracht, dass hier die Wortabstände so weit vergrößert werden, dass man hier also eine schöne Linie bekommt. Weiters gehört zu diesen Absatzformaten die Aufzählungen. Also einerseits haben wir da mal eine unsortierte Liste. Kann man jetzt hier zum Beispiel diese Knödel auswählen, beziehungsweise über den kleinen Pfeil kann man sich hier weitere Aufzählungszeichen auswählen, beziehungsweise man kann auch eigene Aufzählungszeichen definieren. Und die sortierte Liste haben wir gleich auf der Schaltfläche daneben. Die sortierte Liste heißt, die Listen sind durchnummeriert. Auch hier gibt es verschiedene Formate für die Nummerierung. Dann haben wir noch den Zeilenabstand als Absatzformat. Den Zeilenabstand kann man über diese Schaltfläche hier regulieren. Wir haben hier also den einfachen Zeilenabstand. Der einfache Zeilenabstand entspricht immer 120 Prozent der Schriftgröße. Und hier haben wir zum Beispiel einen halbfachen Zeilenabstand. Dazu muss ich aber im richtigen Absatz sein. Das wäre mein richtiger Absatz. Und ich stelle jetzt hier mal den Zeilenabstand auf eineinhalbfach. Und dann sieht man da, ist jetzt schon viel mehr Luft zwischen den Zeilen. Das Dialogfensterabsatz, das ruft man auf über diese kleine Verweisschaltfläche. Und im Dialogfensterabsatz hat man alles jetzt noch einmal. Also wir haben da oben die Ausrichtung, links, zentriert, rechts, Blocksatz. Und wir haben hier außerdem Einzüge und Abstände vor bzw. nach den Absätzen. Und diese Einzüge bzw. die Abstände vor und nach, die sind relativ wichtig, um ein Dokument zu strukturieren. Das heißt, in diesem Beispiel sollen wir für diesen Absatz, ich muss das Dialogfenster wieder schließen, also für diesen Absatz soll ein linker und ein rechter Einzug von 2 cm festgelegt werden und außerdem soll der Text als Blocksatz ausgerichtet werden. Über das Absatzfenster lege ich jetzt einen linken Einzug von 2 cm fest, einen rechten Einzug von 2 cm und die Ausrichtung soll sein, ein Blocksatz. Und wenn wir uns das Ergebnis jetzt anschauen, dann sehen wir hier, wurde der Absatz jetzt eingezogen. Man kann das auch hier oben an den Linealen erkennen. Dieses Symbol symbolisiert den linken Einzug, dieses symbolisiert den rechten Einzug. Und das Ganze ist auch noch im Blocksatz, das heißt hier auf der rechten Seite bündig. Dann gibt es hier auch den Sondereinzug hängend und der rückt die erste Zeile eines Absatz links heraus. Wofür benötigt man das? Schauen wir sich das an. Hier soll es einen hängenden Einzug von 3 cm geben und diese hängenden Einzüge bzw. auch den Erstseileneinzug, den findet man hier bei den Sondereinzügen. Also hier soll der Einzug hängend sein und zwar um 3 cm. Wie schaut das aus? Also wir haben hier dieses Mitbringen hervorgehoben und wenn ich jetzt hier noch einen Tabulator-Schritt einfüge, dann ist dieser Text hier schön ausgerichtet. Dann haben wir hier noch diese Abstände vor und nach den Absätzen. Damit werden Absätze getrennt und leicht erlesbar. Ich markiere hier alle drei Absätze, denn sie sollen alle drei einen Abstand nachbekommen und zwar einen Abstand nach von 6 Punkt. Ich öffne hier wieder das Fenster und wähle hier aus Abstand nach von 6 Punkt mit OK bestätigen und jetzt sieht man gut, dass die Absätze hier voneinander abgesetzt sind. Das hier sind also die 6 Punkt und wenn ich hier die letzte Zeile markiere, dann sieht man diesen Abschnitt hier auch in der Markierung. Der Sondereinzug erste Zeile, der rückt die erste Zeile ein bisschen hinein. Sowas verwendet beim angloamerikanischen Raum gerne als Absatztrennung, vor allem in Romanen. Das heißt auch hier markiere ich alle drei Absätze, ruft das Dialogfensterabsatz auf, wähle den Sondereinzug erste Zeile. Der soll hier 2 cm sein. Wähle hier also 2 cm bestätigen mit OK und jetzt sieht man hier auch wie das ausschaut. Allerdings habe ich jetzt den Abstand vor von 12 Punkt noch nicht festgelegt. Nochmal rein in das Dialogfenster, Abstand vor von 12 Punkt und ich habe jetzt einen Abstand und eine Einrückung. Das sind die wichtigsten Absatzformate. Es gibt dann auch noch Formate, die für Zeichen und für Absätze gelten. Dazu gehört der Rahmen und die Schattierung. Die besprechen wir im Mixed Media.